Und wir machen weiter mit Musik. Zwei Songs bringt unsere nächste Künstlerin heute mit in den Fernsehgarten. Ihren neuesten Hit The Way I Want It, den hören wir später zuvor. Aber der Riesenhit, mit dem sie Millionen Fans in Deutschland, Österreich, der Schweiz, in Polen, Frankreich, Brasilien und, Achtung, Korea zum Mittanzen gebracht hat. Gold, so heißt der Titel, das ist der Song für unsere Fußballnationalmannschaft, denn das war am Freitag Triple Gold. Hier ist Loy. Gold, so heißt der Titel, das war's. 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 It's your love that's weighting in gold, I can feel the sunshine in my life, I'm just a little happier by your side, hold my hand when I need you the most, it's your love that's weighting in gold, weighting in gold. Vielen, vielen Dank, Loi, The Way I Want It, als Zugabe später, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh, Leonie, alle Kameras auf Leonie, Europameisterin, über 15 Kilometer, The Way That I Want It, das ist die passende Musik, hier ist Loi. Vielen, vielen Dank. 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 Vielen Dank.